Dies ist ein Filmausschnitt, in dem Oma Martin, der Täter, der in dem Nachtclub Pulse am Sonntag in Orlando 49 Menschen getötet hat, auftaucht. Die Aufnahmen, die ihn bei der Arbeit als Wachmann zeigen, sind in einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011 zu sehen. Der Film The Big Fix hatte die BPÖ-Katastrophe der Deepwater Horizon im Jahr 2010 zum Thema. Den Filmemachern Josh und Rebecca Tickell ist aufgefallen, dass sie bei ihren Dreharbeiten Oma Martin gefilmt haben. Sie übergaben das Material an die Untersuchungsbehörden, in der Hoffnung, dadurch bei den Ermittlungen der Tat helfen zu können.